Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von GTA Online und wieder mit dabei ist der Agro, der Nero, der Noxi, der Onkel und natürlich auch der Chrisplay wieder und der Gabax. Hallo Leute. Jo, was machen wir jetzt? Wer ist denn der Gabax? Okay, erzähl mal. Ja, wie gesagt, wir machen wieder ein schönes Job und fangen mal von Top 2 diesmal an. Und wir machen heute mal in den nächsten Sessions mal ein paar mehr Deathmatches und sowas. Wir haben ja die ganze Zeit bloß Rennen gemacht. Und ja, das war halt auch was. Ein bisschen auf das eine Mal da haben wir Deathmatch gemacht, aber. Ja eben, wir machen mal richtig, ich war jetzt mal ein paar bisschen verschieden. Aha. Wir sind die ganze Zeit bei Rennen. Warum kommt denn jetzt schon wieder Polizei? Ja, start mal. Weiß ich nicht. Ja, ich muss ja erstmal raussuchen. Start, bitte, schnell. Alter, Nero, was los mit dir? Vielleicht schon ein Onkel erschossen. Nero. So, dann machen wir das so. Ups, da habe ich was fallen lassen, das tut mir echt leid. Nö. Nero schreibt U. Ich will mir Hasen jagen. Oh, dann bin ich tot. Jox, ich will mir dir nur den Sonnenuntergang entgegenlaufen. Alles klar. Okay, was machen wir? Machen wir alle Waffen oder nur feste Waffen? Alter, chill mal. Hallo? Riecht mich, nein. Machen wir alle Waffen. Feste Waffen, bitte. Also das heißt, wir haben hier nur dieselbe Waffe. Du warst das... Okay, machen wir feste Waffen. Wollst du nicht? Ich wollte, guck, alle verinnern, ne? Achso, stimmt, wir machen ja Top-Wanden. Ist ja egal. Oh mein Gott. Sie bilden ein Dreieck, Illuminati confirmed. So, ich habe euch jetzt alle eingeladen. Ja, finde ich gut, finde ich ganz toll. Nehmen, wo war ich das? Wenn du von der Bullen gejagt wirst, kannst du dich einladen, Nero. Äh, Noxi, kannst du nicht annehmen. Wie seid ihr nicht immer ich? Was habt ihr euch getan? Wie der Friedlichste von euch allen erschießt mich, ihr Fekker. Ach, das war jetzt Jet gegen Propellerflugzeige? Was machen wir jetzt? Ja, nee, erst mal einen Top-Fan und dann... Nein, das ist immer noch Sportwagen gegen Jet. Ach, diesmal Sportwagen? Ja. Oh Gott. Weil vorher war es ja hier... Ja, das Letzte, Top-Fan 3 ist... Aber das fand ich ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Flugzeuge gegen... Es gibt auch Flugzeuge, Jets gegen Fahrradfahrer, ne? Keine Ahnung. Jetzt haben wir erst mal das genommen, das hat für uns Spaß gemacht. So, Noxi ist da, du kannst starten. Ist alles okay? Wer geht denn zu den Jäger und wer geht denn zu den Sammler? Äh, weiß ich nicht. Ich bin Sammler. Treffen wir uns am blauen Ark. Kann jemand Prime Meat mitbringen? Ich gehe auf jeden Fall zu den Jäger. Jäger ist geil, mach ich mit. Will auch Jäger machen. Ja, nehme ich auf. Ich bin leider. Hallo. Ja. Fünf gegen ein, oder was? Ich freue mich. Kinders, komm. Ja, Kinders, zwei müssen rüber. Los, go, go. Oh, 18 Sekunden noch. Na, ich mach, äh, Dings. Ich hab auch angemeldet. Ja, ich bin schon bereit, also... Kabax ist beim Jäger, was? Ja, ja, warum nicht? Nero, rüber, komm, sieben Sekunden. Ich bin rüber. Komm, einer. Nero, los, rüber. Nero, jawoll. Los. Oh. Oh. Steh den. Ark. Ark. Nero, du schreibst jeder. Oh, ah, ah, ah. Also irgendwie sieht es scheiße aus, aber... Wenn es jetzt hier so schön lädt, äh, ne, liebe Leute, die hier zuschauen, ihr könnt uns auch in die Kommentare schreiben, was wir so machen sollen. Oder wenn ihr eine geile Strecke oder so erstellt habt, einfach mal sagen, welche das ist, dann laden wir uns die runter und dann zocken wir die. Nero, nimm was Eigenes. Nero, nimm was Eigenes. Geh jetzt ab. Geh weg. Nimm was Eigenes. Komm, jetzt mal eine andere Taktik. Ark. Was machst du für eine Taktik? Läufst du? What's up? Mach gerade Werbung für ein, eine bestimmte Software. Nein. Schönen. Ähm, wisst ihr, wo der Taktik sitzt? Alter 4. Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Echt? Oh. Ja. Ach, komm, mal, die Staffel von uns ganz anders. Das hat das Spielfeld. Genau. Ach, ich bin ein Vollidiot. Ähm, nein. Nein. Oh, da hab ich ihn erledigt. Tschüss, Nero. Ach, bin ich ein Vollidiot. Oh, nein. War schon wieder eine Lampe enggeblieben, Mann. Du Schlampe. Diese Lampen aber auch. Schlampe. Ja, ich glaube, ich muss mal hier. Oh, Mann. Du Schlampe. Ich glaube, ich muss mal eine Nacktklub. Äh, Nacktklub. 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 Nacktmull. Oh, Gott. Nacktmull. Oh, da hab ich noch einen. Ah, da räumt der Abdeckerwachs hier. Gabba, Gabba. Ja, auch Allah. So, Akku. Äh, du bist dauernd. Da hinkommst du was angefittert. Oh. Ja, das war schnell, wa? Kann man das nochmal machen? Ich bin ja gleich gegen die ersten Latein gekracht, die ich gesehen hab. Ich auch. Also, ich geh mal fairerweise in den Gejagten. Das war, glaube ich, jetzt ein bisschen zu einfach für mich. Ach, du, Alter. Boah, puh. Alter. Ihr stinkt aber jetzt ganz schön, ey. Boah, den Tett verarmen. Tittenbonus. Genau. Da geb ich den Daumen hoch. Oh, Daumen hoch, ja. Oh, gut. Togel, okay. Togel, daumen runter. Togel, doch nicht. Togel, doch gut. Togel, der Togel, du stehst. Togel, du stehst. Togel, ich bin doch hier noch bei Gewinnerdomen. Bei mir hat es hings Spiegelrad. Hey, ich bin 78, noch keiner mitg cryptocurrencies. Widerholen. Ach, guck mal, da gibt's Air Force Zero. Oh. Ja, Spanier. Was das? Was das? Hab das Wiederholung gemacht, oder? Was, 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 is, was. Gleich knollt's. WTF? Aber kein Beilfeier, Junge. Ja, genau. Jetzt kommen die ganzen alten Gags hier raus. Wir sind warme Brüder. So, dann drück man rein. Warme Brüder sind wir nicht. Richtig! Hallo! Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab, Mann? Der war gut. Mann, normal. Mann, normal. Jetzt hab ich dich gehört. Ja. Du Läufer. Wie? Ich will aber nicht alleine Läufer sein. Hallo? Das ist mir selbst so zu schreiben. Nein. Alter, sieht scheiß aus. Hallo? Ich komm rüber. Ekelhaft. Das ist cool. Wobei, das hätte ich vielleicht sogar... Hallo! Gabax! Du, deine Höhenflüge! Du bist ja... Du bist ja echt keine... Du bist ja echt kein Gabax, du bist ja Gabi. Genau. Gabix. Gabix, genau. Gabi. Oh, ich mach mal bevor ich starte, du. Ich schönland dich irgendwo mit deinem Hick. Ja! Kennst du eigentlich Asterix und Obelix persönlich? Natürlich! Alter, was machst du denn? Starte! Ich komm ein Schuss und müssen alle drei weg. Ey, das wär irgendwie geil. M-m-monster. M-m-monster. Ey! Ah, der fährt da falsch, war? Ne, fährt da Abkürzung. Fack, fack, fack. Ähm, ich glaub die Jets schon... Warte bitte? Ich fahr Abkürzung! Oh Gott! Ähm... Der lernt einer fliegen! Nein! Also haut mal ab! Oh, da hat er mich! Hab ich die Schmännischen mitgenommen? Äh, mit Acro. Haut mal ab! Haut mal ab! Ich hab Drähen in der Auge! Komm, okay. Wie er geflogen ist, ist richtig geil, Mann. Ah, ich bin einfach runtergeknallt. Ich hab die Schmännischen aufgelöst. Ah, fuck! Wenn ich fast bin, das nicht brennt. Alter, war das geil. Komm, komm, steh ich wieder gerade knallt. Das ist mein Jettingbuch, wenn ich drin bin. Ich bin dabei ganz schön zügig hier. Uh! Fah mal zwischen den Gassen, genau da! Links rein! Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Der Onkel! Oh! Und bumm! Ne, schadet. Und jetzt, jetzt aber komm! Oh, fuhr! Und wir wollten landen. Genau. Und der Sieben muss zu fliegen. Nee, ich glaub mein Flugzeug wird sich so bald abstürzen, weil das dampft. Ach, Onkel ist der Letzte? Das dampft! Du, der Onkel! Oh, oh! Oh, oh! 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 Badabum! Ne, scheiße! Badabum! Badabum! Welcher Film? Öhm! Öhm! Oh, komm! Äh, du bringst dich gleich noch selber um, ne? Ich kann es nicht richtig! Ich kann es nicht richtig! Bebebebe! Wuhu! Ich kann auch fahren! Ich kann auch fahren! Ich kann auch fahren! Ich kann auch fahren! Ein blindes Huhn! Halt die Fresse! Ich bin mal so stolz drauf, Alter! Mann, ey! Ich applaudiere den Punkt! Wie gemein, ey! Wie gemein, ey! Ich schaffe endlich mal was, hörst du? Ja, passt auf! Ja, passt auf! Ja, passt auf! Ja, passt auf! Pfff! Ah, ey, Leute! So, okay! So, was haben wir denn hier? So, wir haben hier jetzt wieder Haufen... Die Schlitze! Die Schlitze! Die Schlitze! Die Schlitze! Die Schlitze! Hier oben zufällig, das ist... Hetzjagd! Was ist denn Hetzjagd? Ach, das ist eine zufällige Mission? Hä, was denn jetzt? Hetzjagd für den Schlitze! Wer hat denn jetzt hier alles... Was? Jetzt haben wir eine Mission gemacht? Genau, weil er hat eine bestimmte Menge. Was hat er hier drückt? Der Schlitze! Okay, was müssen wir machen? Der Schlitze verfolgt sich... Der Schlitze! Ey, lest mal bitte was... Oder Nero, lest mal vor... Ja, der Schlitzerleser! Quatsch! Der Schlitzer! Der Schlitzer verfolgt bis zu sieben Gejagte mit einer Schrotflinte. Was? Seine Opfer haben nur Taschenlampen. Oh Gott! Nach drei Minuten erhalten dann die Gejagten die Schrotflinten, um ihrerseits den Schlitzer zu jagen. Wenn innerhalb des Zeitlimits entweder der Schlitzer oder alle Gejagten erledigt werden, gewinnt die jeweils andere Seite. Oh mein Gott! Oh mein Scheiß! Oh mein Scheiß! Ist das so eine Heuwood-Edition hier? Ich kenne das! Oh mein Scheiß! Wenn das eine fette Meglite ist, dann ist mir die lieber als eine Schrotflinte! Was ist denn auf dem Hinterkopf, Junge? Einfach so... Pfff! Pfff! Go, Onkel, go! Go, Onkel, go! Ja, hab schon, hab schon! Alter, ich sehe Schweinehilfe! Also das heißt... Okay... Aber... Aber... Aber es ist ja bloß... Ja, das werden wir sehen, ne? Und wenn ich mich auch nackt an den Haken hänge, bin ich dann getarnt? Ne, das würde jemand erkennen... Jetzt würde jemand erkennen, wenn zwischen dem Frischen vielleicht das Verfall denkt... Äh, Onkel, du bist der Schlitzer! Genau! Ich... Warum bin ich... Ich bin der Schlitzer, ja? Ach so, das können mehrere Leute sein! Warum könnt ihr denn auch Schlitzer sein? Hä? Das verstehe ich nicht! Geh doch mal weg! Warte, du kennst den... Dann geh ich halt wieder rüber! Ich würde sagen maximal zwei Schlitzer, weil der Rest hat echte Taschenlampen! Ja komm, nur ein Schlitzer! Du kannst die blenden! Okay, ich probier's mal! Alter! Der Schlitzer hat... Der Schlitzer... Erinnert mich grad so ein bisschen an, äh... Freddy... Segeki no Koichin, also Attack on Titan! Kennt das einer? Ne, ich kenn bloß Freddy und der andere unter mich dran! So, ich hab ne Taschenlampe zum Schlagen, na super! Kann man die auch irgendwie anmachen? Texas Chainsaw Massaker Farm! Ach du Scheiße! Alter! Wie geil ist das denn? Mach die Taschenlampe aus! Mach die Taschenlampe aus! Voll gut! Wie geht die an? Mach die Taschenlampe aus! Alter, wie geil ist das denn? Mach aus! Wir verstecken uns und kloppen ihn nieder! Wir holen unsere dicken Lümmeln und kloppen auf ihn ein! Und danach blenden wir ihn! Kann man sich auch irgendwo hin hocken, Onkel? Ah jo? Ja, mit R1 kannst du dich, äh... Toll, was ist das denn? Mach der nicht! Schieß was? Alter, das ist voll geil! Aber richtig nice! Ey, auf die Card könntest du sogar umgucken! Ich warte! Auf der Card, das siehst du aber niemanden! Äh, Leute! Ähm, wie kann man sich denn hinknien? Indem du die Taste Blowjob drückst! Ja, Leute! Ich würd schleichen! Weißt du was? Das Team macht nur Schleich! Man hat ja auch bloß drei Minuten Zeit von daher! Ich schleicht, man! Beim Controller, der Stick, der Linker! Bum! Warte, dass da du... Der Recke! Boah, ihr Drecksickel! Genau! Nice! Habt ihr ihn totgeschlagen, oder was? Ich war die ganze Zeit hinter ihm! Was, echt? Nice! Alter, aber das Lagerhaus kenn ich noch gar nicht! Ey, das ist doch geil! Das machen wir auf jeden Fall nochmal! Aber am besten so drei gegen drei, weil... Ja! Obwohl, ne, zwei gegen... Ne, oder zwei gegen vier, ja! Zwei gegen... Ja, eben! Es sollte schon eine mindere Anzahl von den Schlitzern sein! Also, ich nehme gerne jetzt Schlitzer! Aber meiner konnte sich nicht hinhocken, Onkel! Mit R1 hat er nicht gemacht! Nee, bei mir hat das auch... Nee, du hast ja auch nicht gesagt hinhocken! Du hast gesagt, dich an die Wand stellen! Du bist jetzt der Schlitzer, oder was? Nee, ich bin der Schlitzer! Na, hinhocken halt, dass sie mich verstehen! Das ist er, das ist L3! Nee, ich bin der Schlitzer! Ja, da ist leichter bei mir! Wie macht man das auf der Tattoo? Schleicht nicht! Äh, schle... Keine Ahnung, ich hab selbst noch nicht raus! Ich glaub... Neuerung? Nee! Nee! Kann ohne! Du singst! Taschchindonesen! Biff! 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 Weil ich's kann! Weil ich's kann! Weil ich's kann! Das ist eigentlich eine so geile Idee! Ich mach gleich das Licht aus! Hallo! Oder kommt was? I find you! Ey, sprich dich. Das ist aber richtig gut, der Modus. Mach das Licht aus. Ich wollte den Schlitzer. Was denn doch jetzt? Ich finde dich. Mach das Licht aus. Hau ab mit dem Licht, Alter. Ich weiß nicht, ob er dich findet. Schlitzer. Hinter jeder Ecke. Lauber das Grauen. Auf Facebook. Wie sehen denn die Schlitzer überhaupt aus? Wie deine Mutter. Mama. Wer läuft denn da? Mama. Dein Schweiß. Wer ist jetzt alles Schlitzer? Nur einer. Na wer? Alter. Ist doch egal. Ist doch ernst, ey. Leuchtet sich ja nicht voll an. Stuhlampen. Habt ihr mich nicht gesehen, oder was? Nein, scheiße. Der ist ja aber tot. Mein Arsch hat rausgeguckt. Ja, toll. Ich habe überlegt, gehe ich noch einen Schritt nach rechts. Ich habe dir ja zugeguckt. Du kannst aber so petrolich machen. Mann, ist doch kacke, wenn ich mich nicht hinhocken kann. Du kannst dich mit R1 an den Strachen ranlehnen. Mann, aber ich kann mich nicht hinhocken. Dann darfst du dann in der niedrigere Wand machen. Ich glaube, wir gewinnen die Runde, weil St. Gabax alleine ist super versteckt. Komm her. So hängt er am Haken, oder was? Dann lockst du dich aber auch, ey. Ne, Nero meine ich. Nero ist auch richtig gut versteckt. Bei der Konzer. Wann, wieso schon zweimal nur vorbeigelaufen sind? Richtig, oder liegt Geld? Oder pieps. Du bist dumm. Oh, das Geld. Kamax, du bist dumm. Das erschnapp ich mir noch schnell. Geld. Kamax, du bist dumm. Warum? Weil nur Geld da liegt, wo welche schon gestorben sind. Du wirst gejagt. Jetzt wird er gejagt. So. Er behält aber die Schrotflinde. Ja. Na, natürlich, aber jetzt können die anderen. Da. Oh. Alter, hat er sich versteckt? Einfach über den Haufen geschossen. Alter. It's not too easy, because my dick is too hard. Warte, 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 warte. Hör mal auf Französisch zu sprechen. Deni, wu kosele, coxe, papuele. Waaaaat? Was? Hat er nicht. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht. Alter, ich hätte hier irgendeinen im Mett rumpatschen. Nee, das ist die Mette. Ich hab mich vorhin auch erschrocken. Da baust du gerade einen Mettkurf, oder was? Der Wartschütte im Mett rum, genau. Weißt du, so wie die alten Frauen auf dem Land in Amerika mit diesem Weintrauben. Einfach so ein Kübel voller Mette und dann hier, kleiner Spiel macht. Was, Madman? Kann man sich da auch in die Brühe reinschmeißen? Lied mein Finger jetzt. Oh, Alter. Kommt gejagt da. Trefft euch irgendwo. Ja, ein Gesicht. Am besten gleichzeitig. Alter, hängt Akkubohrer. Ich will es haben. Trefft euch da in der Fleischerei. Das ist deine Zange. Was für eine Fleischerei, Alter? Sei doch, blöd, Mann. Raven. Ist ja nicht so, dass du die ganze Zeit in der Fleischerei rungen. Trefft euch im Dunkeln. Ich bin Metgermeister. Ich habe nur zehn Jahre lang gearbeitet. Ich habe keine Ahnung, was da all hängt. Steht denn bei dir dritten? Was jetzt? Das da sieht nicht gesund aus, da. Exit. 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 Oh, ist was die Wolle. Eleanor. Mäh, mäh. Ach, jetzt. Der tote Menschen. Oh, jetzt. Action. Hat er durchgesagt. Hat er durchgesagt. Oh, nein. Nice. Das ist gut. D-d-d-d-d. Charmin. Komm, ich kriege ein Level, oder? Und Geld vor allem. Alter, 7860 Gründen. 14, immerhin. Yeah. Yo. Damit macht man Körbappen. Würde der Klapp sagen, noch eine Runde. Gab es da nicht noch? Aber da gab es doch noch sowas, oder? Nee, zwei Minuten haben wir noch. Nee, eine. Da ist bei Körperwilden up, go. Ja, und dann machen wir halt die eine Runde. Die dauert doch nur drei Minuten. Ja, ja. Genau, machen wir es. Aber gab es da nicht noch eine andere Map? Also, da gab es ja noch geschnetzeltes hier. Eins und fünf waren da. Also, da gibt es mindestens fünf unterschiedliche Maps. Ja, dann würde ich noch eine andere mal vorschlagen. Ja, wenn sie da ist. Und jetzt kann die Steht gleich auf aktualisieren, okay? Na erst mal gucken, warum sollen wir da drauf? Ja, Schlitzer 3 auf dem Boot. Alle auf dem Boot ist geil. Ja gut, dann machen wir erst mal die zwei. Ja klar, machen wir erst mal die zwei, logisch. Ich logisch. Schlitzerpost. Wir mal nach der Runde, äh nach der Reihe. Alles klar, nach der Runden Reihe. Warum schreibst du immer U, Nero? Das wird immer nur angezeigt. Ja, das wird immer nur angezeigt. Ladies and gentlemen Lies mal vor Ja Der Schlitzer verfolgt bis zu sieben gejagt wird eine Strotflinte Seine Opfer haben nur Taschenlappen Nach drei Minuten erhalten dann die gejagten die Strotflinte Langweilig Jetzt sind wir im FBI-Ding oder was? Jetzt mach ich mal Schlitzer Soll ich mal zwei Schlitze? Boah, Alter Geht nicht Nein Geht nicht Also nicht drei Es geht auch nicht rein Über Team Limit Geht immer nur einer Geht nur einer Geht nur einer Ja, dann raus da Onkel raus Onkel raus, Chris raus Doch scheiße Ich wollte doch Amor Schlitzer Aber es steht ja eigentlich auch da, ne? Dass man Na, nur einer Einer gegen sieben Die ganzen Teufel hier Oh nein Oh, ist das scheiße Oh, ist das scheiße Oh, na hohe Äh, nack sie Alter, ernsthaft? Wie lange der nachlädt? Was war das? Oh, na hohe Ich meinte, das war ein Mittler-Schnell Das stand auf einmal, das stand auf einmal vor mir Ja, aber ich hab dich nicht totgekriegt Er hat geblendet und dann den Weckler in den Hals reingedrückt Ja, das war jetzt gemein Aber die Map ist kacke Das war echt gemein Keine Ahnung, ich hab nix so eng Da kannst du dich auch gar nicht verstecken, da war ja nur Gänge Nö, es hat doch die Türmeinge Ich bin ein Oktobus, ich hab acht Schoenflinken Das ist grad ein bisschen wie bei TTT, wer ist der Terrorist? Ja Ey, wie geht's nicht, turk? Ich glaub, die Map ist auch ein bisschen buggy Ja, hat grad einer die Taschenlampe angemacht und die ging durch die halbe Halle Dann steht er wahrscheinlich in der Halle. Das ist wirklich ganz schön. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Mann, hier kann man ja gar nicht lachen. Ich würde sagen, der Schlitzer ist der Nachteil. Wir haben jetzt aber ganz schön Überlänge. 20 Minuten? Es ist so eine Runde und dann kann man gerne ein Port beenden. Das Special-Folge. Mitten im Match beenden. Der Schlitzer. Die Schlitzer. Der Schlitzer. Schlitzer, äh Schlitzer. To your home cinema. Der Schlitzerflitzer. Und da grinst schon wieder so komisch. Moin. Ach, jetzt darf ich der Schlitzer singen. Schön. Gejagt. Ist du der Schlitzer oder wo ist der Schlitzer? Mach doch mal die Taschenlampe aus. Wer ist der? Das ist ein Horrorfilm. Wir müssen groupen. Wer ist der? Nein, 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 nein. Boah. Oh Mann, Nero, ey. Ach Mensch, Noxi. Alles klar. Aber das ist, aber das doch. Aber mal ganz ehrlich, das ist ja auch blöd, wenn man jetzt alle auf den drauf rennt und den niederproxen. Das ist doch scheiße. Ja. Das lustige ist, wenn er richtig schießt, das ist ein Schrot. Die streut ein bisschen. Wenn er richtig trifft, trifft er drei Leute gleichzeitig oder vier sogar. Okay, liebe Leute. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier den Partners Ende. Galax, du raus. Genau. Du hast so schön angefangen, dann mach ich das einfach weiter. Dann würde ich sagen, schaut einfach bei der nächsten Folge rein. Dann machen wir wahrscheinlich Schlitzer drei. Also, bis denn. Gefällt mir. Tschüss. I like. Tschüss. Đo. Genau.